Schaffen wir! Schaffen wir! Schaffen wir! Schaffen wir! Herzlich willkommen, hier ist Grubb nicht, also herzlich willkommen zurück zu 5 Mad Freddy's Und wir machen jetzt nach der Blind Challenge direkt die nächste Challenge Und zwar werden wir, komm geh auf, wir machen jetzt Mad Freddy Challenge Das heißt, dass die beschissenen kleinen Freddy's hinter uns wesentlich schneller und wesentlich böser kommen werden Und ich würde sagen, fuck it, wir machen das Wir machen das, yes Zum Glück nicht die 20er Nacht, finde ich gut Wir müssen nur die Nightmare Nacht machen und diese scheiß blinde Dreckskacke Ich bin so fucking glücklich, dass wir jetzt etwas sehen können Obwohl wir noch mehrere Challenges machen müssen, wo wir wieder blind dazunehmen müssen Was wahrscheinlich sehr anstrengend wird Wir müssen einmal blind mit Nightmare machen und einmal blind mit dieser Challenge und einer anderen Mal gucken wie schnell hinter mir kommen Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt dauert Links, okay, ich muss ein bisschen in ein Spiel reinkommen Ein bisschen reinkommen muss ich wieder Hallo Okay, oh Gott, Bonnie Bonnie habe ich lange nicht mehr gesehen Wow Das ging schnell Okay, what the fuck Ich dachte, dass die so schnell kommen Aber okay, ihr habt es gesehen Darf ich hinter mir wieder gucken, schätze ich mal Okay Okay Die kommen sehr schnell Die kommen sehr sehr schnell Zu Okay, hinter mir gucken Okay Nach jeder Tür einmal nach hinten gucken, dann kriege ich es hin Dann geht das Links wieder Hinter mir Und Foxy ist rechts Mal gucken Hi Niemand da Hinter mir Okay, die Challenge ist okay Die kann man machen Die kann man machen, finde ich Kann man machen Okay Hinter mir Ich glaube es war wieder links Bin ich genau sicher, aber ich glaube es war links Oh, ja Oh, 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 hinter mir Hi Wie geht's? Links Ich muss von mir links gucken, fuck Ich muss viel zu oft links gucken So links, hinter mir Ich wollte gerade sagen, ich muss rechts gucken, sonst kommt ein beschissener Cupcake Ja, aber Foxy war die ganze Zeit links Ich muss dann immer wieder links gucken, damit der nicht rein rennt Ja, geil Die Challenge auf jeden Fall machbar Die sollten wir einfach mal jetzt relativ schnell hinbekommen Ich glaube, das ist echt die einfachste von den ganzen Challenges, die wir haben Ich glaube, Foxy, von Anfang an drinnen kann es für mich unangenehm werden Ich glaube, das allerschwerste ist blind, Foxy und Freddy Ich glaube, das wird schrecklich Da musst du dann wirklich so einen Plan haben, welche Reihenfolge du wo guckst Aber das können wir dir jetzt schon mal hinbekommen Fun of Balloon Boy habe ich auch schon gesehen Das werde ich aber jetzt nicht machen In diesem Versuch Jetzt werde ich irgendwann anders mal In einem Video angucken, wo ich mir die ganzen Jumpscares und sowas angucke Ich werde mich auf jeden Fall ein Video machen, wo ich mir alle Jumpscares, alle Neu-Nimitronics und bla 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 Und die ganzen anderen Sachen mal anschauen, die alle neu dazugekommen sind in der Halloween Edition Lol Ach fucking, really Really Er ist drin Ah, okay, gut Dann wird es ein bisschen unangenehmer und ein bisschen komplizierter Schätze ich mal Egal, gucken wir mal was mit Foxy los Hi, 3, 2, 1, Jumpscare Hi, wie geht's dir? Alles klar, freut mich Fuck off Fuck off Okay, erst da Hi Das war knapp Ist immer noch sehr knapp, glaube ich Rechts Okay, okay, okay Hab ich mit gerechnet Ich weiß nicht, warum ich Vielleicht wollte ich so einfach nur beenden Vielleicht wollte ich nicht, dass Foxy da drin ist Vielleicht war das mein Plan Kann gut sein Ich weiß es nicht Warum leuchtet? Ja, fuck Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich habe es versucht Dachte es dir eine gute Nein, war es nicht Komm, Mann, ich hab 20er Nacht geschafft Wir haben alles geschafft Komm, jetzt volle Konzentration I don't care Ich blödel nicht mehr rum Volle Konzentration Wir spielen die Scheiße jetzt durch Ist doch einfach Ist doch fucking einfach Let's go Fuck off, Mann Ey, es kotzt mich langsam richtig Fuck it Komm weiter Komm schon, 3M Gleich haben wir es Ist nicht mehr lange Schaffen wir Schaffen wir Schaffen wir Great Theoretisch ist immer noch mal Aber es sei jetzt so fucking schwer Fuck Erstmal links gucken Ok, gut Hinter mir Uhuhuhu Ok Ich kann es doch jetzt schon schaffen Ist schon sau schwer Ok, hinter mir Rechts Nichts Hinter mir direkt Foxy Puhuhu Es wird schwer Es wird sehr schwer Ok Links Come on Come on Come on Yes Links Rechts Links 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 Lauf Fuck Rechts Links Okay Okay Fuck, komm, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Links. Rechts. Rechts, okay. Links. Links. Links, okay. Hinter mir, komm mal. Yes. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Let's go. Links. Okay, okay. Rechts. Links. Rechts. Come on, come on, come on. Links. Come on, come on. Rechts. Rechts. Yes. Fuck. Okay. Oh, Gott, ey. Das war anstrengender, als ich erwartet habe. Nein, wir haben es geschafft. Wir haben es fucking nochmal geschafft. Das war echt. Oh, das war viel zu anstrengend. Gibt es den ersten Stern dafür? Yay. Okay. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt erst den ersten Stern habe, und nicht den zweiten, weil ich die Blind Challenge auch gemacht habe. Ich hatte gerade nicht so Lust auf die Blind Challenge. Ich wollte erst mal die Challenge fertig machen, bevor ich die Blind Challenge jetzt endlich schaffe. Aber ja, das Video wird wahrscheinlich nach der Blind Challenge kommen, weil es sonst keinen Sinn macht, wie die Blind Challenge schon mal angefangen hat. Auf jeden Fall, ja. Wünsche mir gleich Glück mit der Blind Challenge. Die muss ich nämlich auch noch machen. Ihr werdet schon im Video gesehen haben, dass ich sie geschafft habe. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe sie geschafft. Das wäre es doof. Aber naja, als nächstes Jahr wahrscheinlich die Instant Foxy Challenge machen. Oder die All Nightman Challenge. Ich glaube eher die All Nightman Challenge. Und dann fängt es an, dass wir Sachen kombinieren müssen. Und jetzt stellt euch mal das hier vor, mit dem Foxy dazu. Aber ich meine, ich habe es ja mit Foxy hinbekommen. Das ging ja sogar. Ich habe am Ende, ich glaube die letzten zwei Stunden war ja Foxy drin, da habe ich es auch hinbekommen. Dann stelle ich das einfach noch dazu mit Blind vor. Das wäre schrecklich. Das wäre sehr schrecklich. Weil ich wüsste ja nicht mal, wie weit Foxy ist. Das ist sehr anstrengend. Aber okay, gut. Dann haben wir die Challenge auch geschafft. Und lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal, Leute. Euer Crab, bis dahin. Bye, bye.